Hallo Kackbratzen! Es gibt Spiele, die einem gleich nach dem Start ein Scheißgefühl in der Magengegend verpassen. Nicht unbedingt wegen der Steuerung, auch wenn das für das heutige Spiel zutrifft. Es ist die Atmosphäre, die einem schon zu Beginn mitteilt, dass man die nächsten Stunden absolut nichts zu lachen hat und man sich durch eine Story durchkämpfen muss, die einem auch nachdem man abgeschaltet hat noch mit quälenden Gedanken zurücklässt. Heute dreht sich alles um Germs Nera Vareta Maki, das auf dem ersten Blick wieder mal eines dieser seltsamen Spiele ist, die nur in Japan veröffentlicht wurden. Vielleicht hat man mal auf YouTube ein kurzes Video gesehen, aber so wirklich gespielt haben es nur wenige, auch wegen der Sprachbarriere. Zum Glück gibt es aber seit einiger Zeit auch eine englische Fan-Übersetzung, mit der man etwas leichter durch die komplett verworrene Story kommt. Und es lohnt sich dieses Spiel nicht nur als seltsame Kuriosität abzustempeln, denn wenn man tiefer in die Materie eintaucht, entpuppt sich Germs als ein wirklich faszinierendes und lohnenswertes Kunstwerk über den Schrecken des Wandels in einer Kleinstadt, mit einer komplett finsteren Hintergrundgeschichte. Germs Nera Vareta Maki ist ein First-Person-Open-World-Adventure, das in einer einzigen quasi voll erkundbaren Stadt spielt und das zwei Jahre vor der Veröffentlichung von GTA und noch dazu auf der PS1. Entwickelt wurde das Spiel von der japanischen Animationsfirma Kai. Germs war nicht nur ihr erstes, sondern auch ihr letztes Spiel, das das Studio veröffentlichte. Der Spieler wird in einer völlig karge und trostlose offene Spielwelt geworfen, was nicht nur damals ziemlich einzigartig war. In Verbindung mit den knallharten Survival-Elementen wird man auch heute noch kaum ein Spiel dieser Art finden, das Vergleichbares bietet. Man schlüpft in die Rolle eines jungen Mannes, der nach vielen Jahren der Abwesenheit wieder in seine alte Heimat zurückkehrt, um dort als Journalist bei einer angesehenen Zeitung zu arbeiten. Doch all die Jahre haben tiefe Spuren hinterlassen. Nicht nur bei unseren Helden, sondern hauptsächlich was seine Stadt betrifft. Es scheint so, als sei seine alte Heimat von einer Reihe seltsamer Ereignissen heimgesucht worden. Unter der grüblerischen Kulisse versteckt sich ein Geheimnis, das man besser in Ruhe lassen sollte, aber unser Held schreckt trotzdem nicht davor zurück, dieses rätselhafte Geheimnis lüften zu wollen. Es gibt Berichte von einem seltsamen leuchtenden Lichtball, der über den Bergen nahe der Stadt herumschwebt. Und auch im verlassenen Kohlebergwerk scheint es nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Auch wenn kein Bürger der Stadt mehr dieses Bergwerk betritt, scheint es doch relativ gut bevölkert zu sein. Es gehen Gerüchte um, dass vielleicht Außerirdische hinter der Geschichte stecken, die mittels einem Virus die Menschheit für ihre Zwecke in Mutanten verwandeln wollen. Das passt auch zu einem neu gegründeten Büro in der Stadt, das die Bürger mit seltsamen E-Mails belästigt, die von großen Veränderungen, Evolution und auch über Viren handeln. Es liegt nun am Spieler, dieses Mysterium zu lösen, sofern er mutig genug ist. Germs wirft den Spieler ins eiskalte Wasser. Noch bevor es losgeht, sollte man unbedingt die Handvoll seltsamer Mails auf seinem PC lesen, um nur einen Hauch von einem Hinweis zu erhalten, was es überhaupt zu tun gibt. Unser Assistent schlägt außerdem vor, dass wir uns mal im nahegelegenen Informationszentrum umsehen sollten und das war dann auch schon alles. Germs bietet ein großartiges Abenteuer, das der Spieler auf eigene Faust erforschen darf. Es gibt keine festgelegten Pfade. Man kann die offene Spielwelt frei erkunden und den Hinweisen in einer nicht-linearen Reihenfolge nachgehen, was nicht nur Freiheiten mit sich bringt, sondern eine absolute Konfusion. Ebenso konfus ist die Steuerung. Es ist die wohlbeschissenste Panzersteuerung seit dem ersten Kingsfield und es dauert eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hat. Insgesamt fühlt es sich so an, als hätte man zwei Schuhe aus Zement an und das Drehen und Wenden der Kamera in Verbindung mit den Richtungswechsel unseres Helden werden die größten Kopfschmerzen bereiten, die ihr wohl je in einem Adventure erlebt habt. Nachdem man sich im Büro an allen Ecken, Enden und Schreibtischen sich seine Knie blutig geschlagen hat, kann man auch schon die große Stadt erkunden. Die Welt außerhalb des Büros erstrahlt in einer monochromen Farbpalette, die einem binnen wenigen Sekunden eine dicke Paranoia verpassen. Die Stadt erscheint energielos. Es ist ein Ort, an dem niemand leben möchte. Trist, einsam und beinahe komplett verlassen. Das Kohlebergwerk, um das herum die Stadt gebaut wurde, ist längst geschlossen und die Reihen blockartiger Gebäude bilden ein riesiges Skelett, das nur wenige Leben beherbergt. Aber trotz dieser depressiven Stimmung und Leblosigkeit scheint die Stadt ein enormer Gefahrenherd zu sein. Im Kontrast zur monotonen Außenwelt erstrahlen die zahlreichen Innenräume in satten Farben, als wären die restlichen Überlebenden in der Stadt die einzigen verbliebenen Funken Energie, die sich vor der bedrückenden Atmosphäre der Außenwelt verstecken wollen. Die Welt von Cherns ist wohl einer der unheimlichsten, die ihr je erleben werdet. Sie verpasst euch schon in wenigen Sekunden einen kräftigen Schlag in die Magengegend und versucht euch erbarmungslos zu ersticken. Die Stadt wirkt wie ein surrealer Albtraum, abgeschnitten von der restlichen Welt, die für unseren Helden zu einem Gefängnis wird. Da die Stadt allerdings relativ groß ist, wird es die erste Aufgabe sein, sich in dem Geflecht der Straßen zurechtzufinden. Damit man sich schneller fortbewegen kann, stehen dem Spieler nicht nur ein Auto zur Verfügung, sondern auch ein relativ gut ausgebautes Nahverkehrssystem mitsamt einer U-Bahn und mehreren Buslinien. Und für 1999 in einem Spiel für die PS1 ist das unglaublich beeindruckend. Fast ebenso beeindruckend ist der Ansatz des Spiels zur narrativen Gestaltung. Die Erzählung von Cherns spielt sich in einer modularen Reihe von Ereignissen ab, die der Spieler wie bereits erwähnt nicht je näher angehen kann. Jedes Schlüsselgebäude im Spiel durchläuft mehrere wichtige Handlungsstadien, von der Zeit vor der Invasion der Außerirdischen bis darüber hinaus. Orte in Cherns werden von alltäglichen Orten zu Dungeons voller Kampfbegegnungen kontextualisiert, wodurch sich das Gefühl einer Invasion noch realer anfühlt. In diese Hauptsequenzen sind die Geschichten mehrerer Charaktere eingebunden, von einigen alten Freunden des Protagonisten über einen verrückten Wissenschaftler bis hin zu einem Geheimagenten, der mit der Untersuchung der Stadt beauftragt ist. Indem man dem Spieler die Möglichkeit gibt mit Menschen zu sprechen und Orte in der von ihm gewählten Reihenfolge zu säubern, trägt man viel dazu bei, dass man das Gefühl erhält in dieser Stadt wirklich etwas beeinflussen zu können. Wenn der Spieler im Kampf besiegt wird, gibt es kein Game Over. Stattdessen wird man in der Kulnmine als Mutant wiedergeboren. In diesem Zustand kann man friedlich mit den anderen Mutanten sprechen und sein Leben weiterführen. Allerdings wird man in der Story in diesem Zustand nicht vorankommen. Um weitermachen zu können, muss man zunächst ins Krankenhaus gehen, um sich heilen zu lassen. Cherns schafft mit diesem Konzept bereits Ende der 90er Jahre etwas, woran viele Spiele auch heute noch gnadenlos scheitern. Auch wenn auf der Packung Adventure steht, ist das Spiel im Kern ein beinhartes Survival-Spiel, das vermutlich viele zur Verzweiflung bringt. Der Spieler muss mit Hunger zurechtkommen. Wird dieses Element ignoriert, muss man mit einem Buff rechnen, der dazu führt, dass der zugefügte Schaden und auch das Bedürfnis nach Schlaf verdoppelt wird. Der Spieler wird also einen großen Teil der Zeit auch damit verbringen, sich in einem Restaurant etwas hinter die Kiemen zu werfen, sich beim Arzt heilen zu lassen und am Ende des Tages frühzeitig ins Bett zu gehen. Ein weiteres Element, das man aus dem Rollenspiel-Genre entnommen hat, ist die Möglichkeit, seine Fähigkeit mit Umgang mit den verschiedenen Waffentypen zu verbessern. Der Kampf ist generell etwas schwerfällig, aber zum Glück nicht allzu kompliziert, sofern wir mal die komplett abgefuckte Steuerung außer Acht lassen. Um in dieser Stadt und gegen die Mutanten Aliens überleben zu können, ist aber in erster Linie nicht ein schneller Finger am Abzug entscheidend. Viel wichtiger ist es, dass man seinen täglichen Tagesablauf und den Weg zum Bergwerk akribisch plant. Welcher Weg bringt mich am schnellsten zum Bergwerk und wo kann ich unterwegs noch Vorräte besorgen? Habe ich mich genügend erholt und habe eine maximale Gesundheit? Schaffe ich es noch rechtzeitig mit einem Informanten zu sprechen, bevor ich mit der U-Bahn am Ende des Tages wieder nach Hause fahren kann, um dort eine Mütze Schlaf nehmen zu können, um am nächsten Morgen wieder fit genug für ein weiteres Abenteuer zu sein, sofern ich den Tag überhaupt überlebe? Germs ist ein Spiel, das euch mit Angst, Schrecken und sehr viel Schmerzen erfüllen wird. Und wenn die Atmosphäre nicht schon nach kurzer Zeit tiefe Wunden zufügen wird, dann ist es die Story, die einem mit Haut und Haaren verzerren wird. Unser Held trifft im Spiel auch auf einen alten Freund und man erlebt eine brutale Transformation eines geliebten Menschen, der nach und nach dank eines merkwürdigen Virus zu einem deformierten Ding verwandelt wird. Aber selbst die Stadt ist nicht mehr das, was sie mal war. Unser Held ist vor langer Zeit geflohen, da das Kleinstadtleben mit den typischen Gebräuchen und Konventionen zu einem psychischen Gefängnis wurde. Als er aber zurückkehrte, wurde das öde und bereits triste Leben zu einer wahrhaften Hölle auf Erden, die einem den Atem nimmt. Aber anstatt ein weiteres Mal zu fliehen, beschließt unser Held zu bleiben und zu retten, was vielleicht nicht mehr zu retten ist. Ich selbst bin aus meiner ehemaligen Heimat geflohen, 1000 Kilometer weit weg von einem Ort, der mich bei lebendigem Leib verdaute. Auch wenn ein neuer Beginn in einer fremden Stadt in einem fremden Land zu einer zu Beginn unüberwindbaren Hürde wurde, war dies noch immer die bessere Alternative, als zu einem Ort zurückzukehren, in dem man ständig mit einer unterschwelligen Angst und Depressionen leben musste. Natürlich lebt man auch an einem neuen Ort mit Angst. Es ist die Angst vor der unbekannten Zukunft. Aber auch wenn diese Angst nicht weniger klein ist, ist es für mich undenkbar, dass ich an einen Ort zurückkehren werde, an dem ich noch eine viel größere Angst erleben musste, die nach und nach meine Psyche aufgefressen hat. Und das war letztendlich der Antrieb, um überhaupt das neue Abenteuer einzugehen. Und mit meiner Vorgeschichte ein Spiel wie Germs zu spielen, war eine unheimliche Belastung. Nicht weil das Spiel an sich vielleicht schwer ist, sondern weil man sich in die Situation des Protagonisten hineinversetzt. Die Tragödie im Kern von Germs minimaler Erzählung liegt darin, dass der Protagonist am Ende nicht direkt den Entgegner besiegte, sondern gewissermaßen einen Teil von sich selbst. Es war der Teil, der die groteske Zukunft der Mutation annehmen wollte. Der Teil, der ihm zu der undefinierbaren Masse machen sollte, die diese Stadt eingenommen hat. Es ist vielleicht mehr eine große Metapher, aber im Grunde geht es um die eigene Existenz, die eigene Wertschätzung und die Definition der eigenen Persönlichkeit. Das Spiel hat insofern auch kein eindeutiges Ende. Anstatt eines schwarzen Abspanns endet der Spieler abermals im Büro. Trotzdem kann man einige Veränderungen feststellen. Die Farbe kehrt stückweise wieder in die Stadt zurück und die wenigen verbliebenen Menschen scheinen insgesamt etwas freundlicher zu sein. Man erkennt aber auch, dass die Stadt nicht erst durch die undefinierbaren Aliens getötet wurde. Die Stadt war bereits vorher schon ein toter Ort. Und bevor ich jetzt diese Metapher noch tot diskutiere, seid ihr gerne selbst dazu eingeladen, in den Kommentaren eure Meinung dazu abzugeben. Vielleicht wollt ihr selbst einen Blick auf Cherm's wagen. Es ist ein brillantes Survival-Abenteuer mit einem offenen Ende. Es ist schockierend, aber auf der anderen Seite ein absolut harmonisches Meisterwerk mit Tiefgang. Es ist vielleicht kein Spiel für jedermann, aber trotzdem muss man es erlebt haben. Cherm's ist so viel mehr als nur ein Spiel oder eine seltsame Kuriosität. Es ist ein Stück gespielte Philosophie, das zwar sehr schwer verdaulich ist, aber auf der anderen Seite die größte Erfahrung eures Lebens sein könnte. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala Tritra Tritra Tritra